Frau König, ich bin die Dauer-Telefoniererin. Ich habe Ihnen durchgezählt, 265 im Schein. Das müsste eigentlich reichen und wie gesagt, wenn Dinge noch 50 Euro leihen, dann brauche ich nicht zur Bank gehen morgen. Ich denke, wir sprechen uns. Sie sind doch nur meine Vertraute in diesen Angelegenheiten. Und 265, also da müsste ich eigentlich mit zurechtkommen, weil ich wollte nun auch nicht sofort, ja, gleich Montag losgehen, aber das gebe ich ja nicht aus in das Wochenende. Also ich würde gerne mich mit Ihnen unterhalten und bis bald. Das wäre schön. Danke Frau König. Donnerstag, 0 Uhr, 23. Ende der Nachrichten.